Ich habe entschieden, bestimmte Privilegungen von Ihnen selbst zu verabschieden. Herr Wagner, machen Sie weiter. Sonderbekanntmachung. Besondere Rechte werden allen Gefangenen gewährt, die sich fragen. Ich will freiwillig zum inneren Wirtschaftlichen Aufbau Deutschlands melden. Special Privileges will be granted to any prisoner, volunteering to work for the internal economy of the German Reich. Un moment. Moi, je suis volontaire. Ich möchte für die Deutschen arbeiten. Sind Sie tatsächlich bereit, für Deutschland zu arbeiten? Du willst wirklich arbeiten für die Deutschen? Oui. Ich möchte mich für 20 Freunden, was für eine einzige Franzose. Sie würden eher 20 Deutschen als für eine Franzose. Ich arbeite für 20 Deutschen als für einen Franzosen. Was ist Ihr Beruf? Ocupation. Croquemord. Er hat eine Untertämpfehler. Das ist ein Untertämpfehler. Das ist ein Untertämpfehler. Ja, 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 ja.